Moin Leute, was geht? Ihr kennt ja alle den Fakten Herobrine, gell? Wenn ja, dann lasst ein Like und ein Abo da. Weil Herobrine ist nicht echt, es ist nur ein Mod. Lasst euch nicht von allen zu verarschen, es ist nur ein Mod. Herobrine gibt's nicht in echt, es ist nur ein Mod. Ich hab's öfters probiert, mehrmals. In der Java und Bedrock Edition. Ist alles fake. Das ist ein Mod. So genau wie Giant Alex. Angeblich ist es in einer anderen Version. Sogar Pat hat es mal gemacht. Ist alles fake, ist auch ein Mod. Es sind alles nur Mythen und Mods. Nur alle.